Jucken und Brennen und Stechen und Missempfindungen im Bereich der Vulva, Geschlechtsverkehr fast gar nicht möglich, sehr schmerzhaft, Tampon einführen genauso und auch Berührungen können extrem unangenehm sein. Vielleicht fühlst du dich hier abgeholt, dann kann es sein, dass du unter der sogenannten Vulvodynie leidest. Was das genau ist, wie wir das therapieren und vor allem diagnostizieren, erfährst du in diesem Video. Vulvodynie oder auch Vestibulodynie, vielleicht sagen dir diese zwei Begriffe überhaupt nichts und es kann trotzdem sein, dass du darunter leidest. Wenn du eine Odyssee an Besuchen bei deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen hinter dir hast, mutmaßliche Pilzinfektionen, bakterielle Infektionen, ein Hormonmangel, alles wurde schon therapiert, nichts scheint zu helfen, die Missempfindungen bleiben trotzdem, dann kann es sein, dass du unter diesem besonderen Krankheitsbild leidest. Mein Name ist Dr. Medkonstin in den Wagner, ich bin Frauenarzt und ich versuche über die sozialen Medien die Frauengesundheit wieder en vogue zu machen. Lange Zeit war sie im Schatten des Gesundheitswesens und ich versuche sie da hervorzuholen. Wenn du denkst, oh, das ist eine wichtige Sache und eine gute Sache, dann kannst du mir einfach ein Abo dalassen und schon ist geholfen. Denn ich versuche in diesen Zeiten einfach dir zu helfen, dir selbst zu helfen. Dafür brauche ich aber auch deine Hilfe. Deswegen lass mir gerne ein Abo da und schau gerne auch mal bei Instagram und Co. vorbei. Laut Definition ist es auch ziemlich genau das, wenn andere Dinge ausgeschlossen wurden und trotzdem diese Beschwerden, also ein chronisches Missempfinden, chronische Schmerzen im Bereich der Vulva über drei Monate andauern, dann nennt man das Ganze Vulvodynie. Wichtiger Aspekt ist, andere Dinge müssen eben vorher ausgeschlossen sein. Von Infektionen im Bereich der Vulva über den Lichensklerosus, wo ich ja auch schon ein ausgiebiges Video zu gemacht habe, kannst du hier einmal reinschauen. Bis zu anderen Ursachen, alles muss ausgeschlossen werden, bis die Diagnose Vulvodynie steht. Wie häufig kommt die Vulvodynie vor? Die Statistiken sagen 5 bis 10 Prozent. Die Dunkelziffer ist sicherlich höher, denn viele Frauen trauen sich nicht darüber zu sprechen. Früher wurde gar nicht darüber gesprochen und die Diagnose ist selbst in Kolleginnenkreis und Kollegenkreis gar nicht so häufig zu finden, obwohl wahrscheinlich mehrere Frauen daran leiden. Also umso wichtiger, dieses Video zu machen, dass man weiß, das ist die Vulvodynie, so ist die Diagnostik und so sieht auch die Therapie aus, zu der wir später noch kommen. Leider ist es so, dass Frauen oft eine wahre Odyssee hinter sich haben. Jahrelange Arztbesuche, ohne dass die richtige Diagnose gefunden wird. Denn diese Symptome sind natürlich sehr ähnlich der der Pilzinfektion oder des Lichensklerosis. Und deswegen wird häufig auf eine mutmaßliche Pilzinfektion behandelt oder auf eine mutmaßliche bakterielle Infektion. Es wird geschmiert, gecremt, geschluckt, aber es hilft nichts. Und dann müssen wir spätestens daran denken, hier haben wir es nicht mit einem infektiösen Geschehen zu tun. Und wenn die Diagnostik auch nicht für ein Lichensklerosis spricht, dann kann es nur die Vulvodynie sein. Wie sehen die Symptome aus? Ja, die sind klassisch, habe ich gleich zu Beginn gesagt. Ein Jucken, ein Brennen, eine Missempfindung und Schmerzen sind sicherlich so die vier großen Klassiker. Man unterscheidet jetzt auch zwischen der Vulvodynie, wo typischerweise diese Symptome an Vulva, Damm und auch After vorkommen, und der sogenannten Vestibulodynie. Das Vestibulum wird auch in Fachkreisen oft als das Vorzimmer der Vagina bezeichnet, denn es ist eine u-förmige Zone im Bereich des Vaginaleingangs. Und wenn diese Schmerzen nicht äußerlich auf die Vulva beschränkt sind oder sogar After oder Damm, sondern innen auf dieses u-förmige Stückchen, dann wird das Ganze auch Vestibulodynie genannt. Ganz viele Frauen, die darunter leiden, haben auch Komorbiditäten. Das bedeutet andere Erkrankungen, die auch ein bisschen was damit zu tun haben. Allen voran, sei mal die Fibromyalgie genannt oder auch chronische Schmerzsyndrome, Reizdarm, Beckenschmerz oder Beckenbodenschmerzen, Beckenbodenverspannung, da kommen wir gleich noch zu. Ganz wichtiger Aspekt bei der Vestibulo und auch der Vulvodynie. Und wichtig jetzt, nicht im Bereich der Gynäkologie, aber Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Kiefergelenkschmerzen, das sind tatsächlich auch Komorbiditäten von der Vulvodynie. Superspannender Aspekt, erzähle ich dir jetzt. Die Frage ist ja, wie kommt sowas eigentlich zustande? Warum passiert sowas? Und da kann ich euch eine super leichte Antwort drauf geben, wissen wir heutzutage noch nicht. Liegt auch daran, dass natürlich wenig geforscht wurde auf diesem Gebiet, weil auch noch wenig bekannt. Was wir aber wissen, dass Frauen mit einer Vestibulo oder auch einer Vulvodynie sehr oft mehrfach Pilzinfektionen in der Vorgeschichte haben und auch mehrfache Behandlungen in der Vorgeschichte hinter sich haben. Und diese häufige Infektion scheint auch ein Trigger zu sein, um später eben so eine Art chronisches Schmerzsyndrom, denn so muss man die Vulvodynie auch ein bisschen sehen, zustande kommt. Und interessanterweise liefen auch Studien, Tierexperimentell, wo man Mäusen quasi eine Pilzinfektion gespritzt hat, dann behandelt hat und noch Wochen später gesehen hat, dass diese Mäuse trotzdem noch Schmerzen haben, obwohl die Pilzinfektion schon längst behandelt war. Zweiter Punkt, auch wichtig, haben wir bei vielen Erkrankungen die genetische Komponente. Die ist noch relativ unerforscht, es liegt aber nah. Größtes Problem ist natürlich, dass diese Thematiken in den letzten Jahrzehnten sehr tabuisiert waren, noch heute tabuisiert sind. Frauen trauen sich nicht darüber zu sprechen, weder mit den Freundinnen noch mit den Gynäkologinnen. Und deswegen wissen wir noch nicht genau, welche genetischen Faktoren da eine Rolle spielen, aber die Mutmaßung ist halt sehr hoch, dass hier auch eine genetische Komponente hintersteckt. Jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger dritter Punkt für Ursachen für eine Vulvodynie und das sind psychosoziale Aspekte. Aktuelle starke Belastungen können beruflich sein, können sozial oder personell sein, Gewalterfahrung, sexualisierte Gewalt, psychische Vorerkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen oder ein hohes Spektrum an Belastungen. All das kann Grund sein für eine Vulvodynie und deswegen ist auch die Anamnese bei Gynäkologinnen so extrem wichtig. Und man muss auch unangenehme Fragen stellen nach der Vergangenheit, ob irgendwas vorgefallen ist in der Kindheit oder auch in der Jugend. Und gab es sexualisierte Übergriffigkeiten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn man hat gesehen, Frauen, die solche Gewalterfahrungen erleben mussten, haben gehäuft Vulvodynie und Vestibulodynie. Und wir haben es eben schon rausgehört, das hohe Anspannungsniveau, eine hohe Belastung, typischerweise die Businessfrau, die immer funktionieren muss, die sehr angespannt ist, die ein hohes Kontrollbedürfnis hat, die haben meistens auch eine angespannte Muskulatur. Wir haben darüber gesprochen, Nacken, Kopfschmerzen, Zähneknirschen ist ganz typisch bei Frauen mit Vestibulo oder Vulvodynie. Und diese Frauen haben auch oft einen sehr, sehr angespannten Beckenboden. Und wir fragen uns, wie kann denn Stress überhaupt sich auf die Vulva oder auch die Vulvodynie auswirken? Und das ist genau der große Punkt, das große Schlagwort der Beckenboden. Wir kennen alle eine verspannte Muskulatur im Nacken. Und diese Muskulatur, die kann ausstrahlen bis in den Kopf und das tut weh. Und wir würden am liebsten die ganze Zeit rumkneten. Und genau dieses Phänomen gibt es eben auch beim Beckenboden. Frauen mit Vulvodynie haben meistens einen wahnsinnig verspannten, schmerzhaften Beckenboden. Und dadurch entstehen Schmerzen. Durch Schmerzen entstehen wiederum Verspannungen. Ihr seht schon, wahnsinniger Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Die Therapieformen. Also, immer wenn wir Erkrankungen haben, die wir eigentlich noch gar nicht verstanden haben, wird es mit der Therapie auch schwierig. Denn wir haben keine Ursache und deswegen können wir auch nicht ursächlich therapieren. Wir können also nur individuell gucken, welcher Symptomkomplex liegt vor und dementsprechend eben versuchen, die Beschwerden zu lindern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt Stand heute auch noch keine Leitlinie, also keine Behandlungsempfehlung, die irgendwo wissenschaftlich validiert abgesegnet wurde. Heißt, dass es sehr davon abhängt, vor wem ihr sitzt. Vor welcher Gynäkologin, vor welchem Gynäkologen. Ob die sich wirklich mit dieser Thematik auskennen. Ich verlinke euch unten in den Shownotes einmal eine Liste, wo man Ärztinnen und Ärzte findet, die sich mit diesem Krankheitsbild gut auskennen. Denn es ist wirklich wichtig, eine gute Diagnostik zu machen, um dann eben auch gezielt helfen zu können. Ihr seht das gleich bei den ganzen Therapieformen. Das klingt ja teilweise völlig willkürlich, aber es ist auch sehr individuell, wo die Problematik und wo auch die Ursache liegt. Eine Frau, die wahnsinnig viele Pilzinfektionen hatte, wird natürlich ein Stück weit anders mitgenommen und abgeholt in der Therapie, als eine Frau, die wahnsinnig viel sexualisierte Gewalt erfahren hat. Hier spielt natürlich dann auch eine psychotherapeutische Anbindung eine große Rolle. Und wir sprechen dann immer in solchen Fällen von multimodaler Therapie. Also eine Therapie, die über den gynäkologischen Bereich auch hinausgeht, wo viele Fachrichtungen miteinander arbeiten, wo die Frau von vielen Seiten abgeholt wird und wo auch geguckt wird, was hilft mir als Person, als Frau, die betroffen ist, am besten. Und da kann man unterscheiden zwischen generellen Therapieansätzen, lokalen und auch systemischen. Und das will ich euch jetzt einmal erzählen. Generell, wenn du dich jetzt auch wiederfindest in diesen ganzen Besprochenen, ist es auch wichtig, in deine Vergangenheit zu gucken, wo könnten hier Auslöser gewesen sein, diese aufzuschreiben und dann auch mit zu deiner Gynäkologin zu nehmen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, ein Schmerztagebuch zu führen. Gibt es Zeiten, wo es besser ist, Zeiten, wo es schlechter ist? Ist es stressabhängig, zyklusabhängig? Wie ist die Penetration, die Zirklusion? Funktioniert das gut? Wie ist es Tampon? Wie ist es bei der Selbstzufriedigung? Funktioniert es da besser? Einfach, um mal so ein Gesamtbild zu erhalten, wann, wie, welcher Schmerz verursacht wird oder welche Empfindung. Ich glaube, es ist logisch, dass Frauen, die Schmerzen im Bereich der Vulva haben, natürlich lockere Kleidung tragen sollten, lockere Unterwäsche und natürlich auch wenig synthetische Fasern benutzen sollte, um eben auch dieses Jucken und Brennen wegzunehmen. Das ist, glaube ich, fast selbstverständlich. Braucht man fast nicht drüber zu sprechen. Was enorm helfen kann, und wir haben über dieses Anspannungskomplex gesprochen, sind eben Formen wie autogenes Training, Meditation, Yoga, alles, was so den Geist und den Körper entspannen lässt, entspannt eben auch die Muskulatur. Und wir haben diesen Teufelskreis besprochen mit der angespannten Muskulatur und den Schmerzen. Also auch hier wäre man Versuch wert, möchte ich sowas, kann ich mich auf sowas einlassen und hilft mir sowas. Das sind so die generellen Therapieformen. Was kann ich jetzt lokal machen, wenn ich jetzt Akutprobleme habe? Da gibt es verschiedenste Ansätze. Die einen Frauen zum Beispiel profitieren sehr davon, wenn die Vulva gekühlt wird. Wenn sie wirklich Coolpacks tun, natürlich mit einem Baumwollhandtuch drumherum, und 10, 15 Minuten lang erst mal kühlen und dann natürlich wieder ein bisschen Wärme drankommen lassen und dann wieder kühlen. Es gibt aber auch Frauen, auch selbst schon erlebt, die profitieren sehr von Wärme. Die packen sich also dann Wärme auf die Vulva. Die mögen auch, das warm abzubrausen unter der Dusche oder sogar in die Badewanne zu gehen. Hier natürlich darauf achten, dass keine parfümierten Duftstoffe etc. Zusätze in der Badewanne landen, sondern am besten nichts oder ein bisschen Öl. Kommen wir zum nächsten Punkt. Viele Frauen profitieren von Ölen. Das kann hochwertiges Olivenöl sein, Jojobaöl bietet sich an, oder auch das gute alte Mandelöl, denn das ist auch sehr Vitamin-E-reich und das ist eben wiederum anti-entzündlich und kann helfen, hier ein bisschen Entlastung zu bringen, gerade wenn es um so ein Trockenheitsgefühl geht. Bei Öl muss man einen kleinen Disclaimer hinten heranschieben, denn manche Kondome reagieren sehr empfindlich auf Öle. Da bittet die Packungsbeilage lesen, ob hier irgendwelche Öle das Latex des Kondoms zum Beispiel porphyrieren können. In Tierhygiene haben wir schon oft drüber gesprochen. Bei Instagram ratter ich es hoch und runter, gerade auch für Mädchen, also für Kinder. Es reicht der Vulva Wasser, warmes Wasser. Maximal vielleicht ein Klecks Mandelöl oder ein anderes Öl eurer Wahl, aber es braucht keine parfümierten, duftstoffbehafteten, parabenebehafteten Intimwaschlotionen. Bitte nicht wirklich warmes Wasser, weicher Lappen und eben entsprechend gut trocknen. Fertig. Mehr braucht die Vulva nicht, ist glaube ich mittlerweile auch selbstverständlich. Dann gibt es verschiedene Arte von Gelen. Wenn man sagt, das tut an dieser einen Stelle sehr, sehr weh, ist Schmerz, ist sehr empfindlich, gibt es zum Beispiel auch Gele oder Eigenrezepturen, wo Amitryptylin drin ist, das ist ein Antidepressivum, oder auch, wo Scandicain drin ist, ein lokales Betäubungsmittel, um einfach akut diesen Schmerz wegzunehmen. Sicherlich keine Dauerlösung, aber kann eben in akuten Fällen gute Dienste leisten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was kann ich denn systemisch tun? Und jetzt ganz, ganz wichtiger Aspekt, da schicke ich jede Frau hin mit einer Vestibulodonie oder einer Vulvodonie. Und zwar zu einer gezielten Physiotherapeutin für den Beckenboden. Und da gibt es eine wunderbare Liste, es gibt also Physiopävika-Therapeutinnen, die darauf spezialisiert sind, auf den Beckenboden. Und auch auf die Vulvodonie und auch auf die Vestibulodonie. Und diese Arbeitsgemeinschaft heißt, Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie. Abgekürzt, ziemlich einprägsam, AG, GG, UP. Und hier verlinke ich euch auch mal die Liste von den Therapeutinnen, die vielleicht in eurer Nähe sind. Auf jeden Fall gezielt den Beckenboden einmal beleuchten. Denn hier sind oft Verspannungen. Wir haben es besprochen. Und diese Verspannungen müssen gelöst werden, um dieses komplexe Schmerzsyndrom eben auch zu lösen. Und was hier auch hilft, und das wird oft belächelt, aber es macht doch Sinn, wenn ich zum Beispiel Nackenschmerzen habe, dann kaufe ich mir fünf Tage später im Internet irgendwie so eine Pistole, die hier Vibrationen auslöst. Oder ich lasse massieren. Warum also auch nicht bei einem verspannten Beckenboden Vibrationen und Massage? Macht total Sinn. Wenn man aber sagt, ich habe mir einen Vibrator gekauft, um den für meinen Beckenboden anzuwenden, wird man belächelt. Aber Vibratoren haben nicht nur, aber auch eben sexuelle Hintergründe. Aber man kann damit unglaublich gut auch den Beckenboden lockern. Gerade auch diese hochfrequente Vibration lockert den Beckenboden auf und dadurch kommt mehr Durchblutung zustande. Der Beckenboden wird weicher. Und wenn man dabei noch Freude hat, ist es ja noch umso besser, wird noch mehr Durchblutung da gefördert. Und da kann man den Beckenboden schon perfekt lösen. Und vielleicht wird ja auch in deinem Fall dann die Vulvodynie ein Stück weit besser. Also auch an die Vibratoren denken, wenn uns um das Thema Vulvodynie geht. Und ganz am Anfang habe ich schon erwähnt, wenn natürlich hier auch andere Aspekte in der Sozialanamnese hinterstecken. Auch wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, muss man an eine ambulante Psychotherapie denken. Es ist auch gar nichts Verwerfliches dran. Sogar auch orale Antidepressiva können eine Möglichkeit sein, um der Vulvodynie Frau zu werden, also dagegen vorzugehen. Dann ein Wort noch zur Diagnostik. Ich habe es zwischendurch immer mal wieder einfließen lassen. Klar ist eine gute Anamnese, eine super Untersuchung wichtig, um auch Dinge auszuschließen. Das Nativ-Mikroskop gehört sicherlich dazu. Einfach mal zu gucken, wie sieht das Vaginalsekret aus? Ist das eine physiologische Flora? Ist hier keine bakterielle Infektion oder auch eine Pilzinfektion im Hintergrund? Auszuschließen, dass es ein Lichensklerosis ist. Das gehört alles dazu. Und was auch hilfreich ist, auch für dich zu Hause, ist der sogenannte Wattestäbchentest. Hier könnt ihr einen stinknormalen Q-Tip nehmen, also ein Ohrstäbchen, und einfach mal die Vulva abtupfen, ob es einen Bereich gibt, der mehr wehtut. Denkt mir mal an dieses U-förmige Vestibulum, aber auch zum Beispiel im Bereich der Klitoris. Manchmal gibt es wirklich vereinzelte Stellen nur, die sehr schmerzhaft sind, und der Rest der Vulva ist relativ schmerzunempfindlich. Und dann kann man natürlich auch gezielt diese Stellen bearbeiten, um hier zu gucken, woran liegt es, beziehungsweise können wir hier irgendwo therapeutisch einschreiten, ohne die ganze Vulva jetzt dann quasi therapieren zu müssen. Wenn ihr jetzt beim Wort Lichensklerosis oder Pilzinfektion hellhörig geboren seid, dürft ihr euch die beiden Videos, die ich euch einblende, gerne mal angucken im Anschluss. Das sind also wirklich wichtige Differenzialdiagnosen. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt natürlich an das Abo. Das hilft mir, euch zu helfen. Und das hilft euch wieder, euch selbst zu helfen. Wir hören und sehen uns. Tschüss.